5. September 2018 5. September 2018 5. September 2018 08-6-8-9-3-6-1-8-4-8-3-2-0-0 ist nicht schon Nachtruhe bei. Der Mannschaft stichelte der Profi von Union Berlin gegen 23.15 Uhr zurück. Löw für Zapfenstreich ein von Nachtruhe kann zu dieser Zeit allerdings noch keine Rede sein. Bundestrainer Joachim Löw hat den Zapfenstreich wieder eingeführt. Spätestens um 0 Uhr müssen alle Spieler auf ihren Zimmern sein. Toni Kroos hielt sich penibel genau an diese Vorgabe. Twitter.com-tonikroos-status-1037097848914018306 um 23.59 Uhr setzte er seinen letzten Tweet ab. Mit den Worten, danke für eure Fragen. Zeit zum Schlafen, verabschiedete er sich in die Nacht. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia.